So, hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Nun sind wir, wie wir hier sehen, in dem schönen Dorf, versuchen unseren Kollegen hier zu finden und möchten wahrscheinlich Hilfe von ihm, nehme ich mal an. Ich habe keine Ahnung, was wir von ihm wollen. Liegt vielleicht noch, dass immer der Ton so leise ist. Aber ja, wir werden wohl Hilfe von ihm in Anspruch nehmen. So, da war ich doch das letzte Esst. Oh, alter, platzier Junge, platzier die Leiter. Ja, was willst du von mir? Jetzt, jetzt wirklich, komm schon. Jetzt komm schon. Schneller, schneller, schneller. Dann habe ich den Bogen wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? Natürlich habe ich den coolen Bogen nicht mehr, aber jetzt habe ich ihn wieder. Yeah, ja. Gib ihn doch mir, ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zu schnell. Mit dem Pfeil her. Ja, wir hatten beide Waffen. Okay, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Sind wir hier auf dem Dach? Lucht es rein, komm hoch! Okay. Oder ernsthaft? Muss ich jetzt wirklich... Du sollst runde, du Vogel. Komm schon. Das Brett hier nehmen, da hoch und dann da rüber. Und ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das ist ja, das ist ja richtig fies hier. Das ist da hoch. Du musst ja richtig nachdenken. Nee, das heißt nicht drunter, das heißt hoch. Hoch! Oh, so. Nehmen wir da das Brett. Und hoffen, dass es da drüber geht. Schneller laufen kann, also wie das Auto aussieht. Sprachfehler, deutsche Sprache, schwere Sprache, auch nicht. Scheiße. Ist das ein Klicker oder ein normaler? Test? Ein Klicker. Verdammt. Aber wir haben ja den Spoken. Ich muss das mal raus. Okay. Aha. Drücken im Pfeil. Oh, der Typ lebt ja noch. Na dann, holen wir uns doch ein Kloposiatgewehr. Denn da hochkommt die Sau ja nicht. Oh Mann. Bäh. Alter. Das ist ja richtig wieder nicht. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person. Wenn wir bei ihm sind. Wir müssen da runter. Weil lass mir das reden. Hast du gehört? Ah ja, genau. Dreht mich doch runter. Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett. Er ist jetzt im Arsch, ne? Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden. Okay? Keine Ahnung, was der gerade wieder meint hier. Der erzählt mir einfach viel zu viel, dieser Kerl. Das ist Wahnsinn. So, haben wir hier noch einen Bastard? Nein, haben wir nicht. Hier unten etwas? Das sieht doch alles ganz gut aus. Siehst du den Draht? Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Ja, ja. Gut, gut Mädchen, gut. So, hier lang, so wie es rausgeht. Haben wir hier drin was Schönes? Also, das ist natürlich krass. So, wie komme ich jetzt da rein? Hallo? Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Ist da jemand? Keine Sorge. Das wird schon... Hallo? Oh, da ist ja gar keiner. Alles friedlich. Ein paar Klamotten. Oh, Lappen. Lappen. Immer wichtig. Immer wichtig. Wann los, Mädchen? Stinkt sie oder was? Wow. Ah! Ah! Direkt nicht aus. Alter. Wow. Nicht nur du, Schätzchen. Wo ich mal rum. Da, was haben wir denn da? Wagell. Soldiers are going... Going door. To door forcing people into buses. Ah, okay. Äh, Evakuierung, so wie es aussieht. Woher soll ich das wissen? Ich finde sie jedenfalls... Der war wohl nicht so der Fan von Evakuierungen. Munition voll, okay. Haben wir hier, hier. Stellt ein Messer her, kann man nicht herstellen. Schade. Medi-Cat kann man aber herstellen. Das ist... Nein, kann man doch nicht. Tom! Kann man nicht mal was herstellen, hier. Okay. Es ist halt nur die Frage. Ist Rachel hier? Und wenn ja, ist sie in demselben Zustand? Oder ist sie etwas besser gelaunt? Da greift der mich einfach an. Äh, ich komme da drauf nicht klar. Ich komme einfach ganz fies eigentlich. Das war's jetzt soweit. Nur wie komme ich jetzt hier weiter? Das ist hier die Frage, die mich so inspirieren soll. Ich kann einfach mal versuchen, draufzuschicken. wie in allen Games hier einfach draufrotzen. Fertig. Das war auch ganz schön kaputt, der Typ da. Gehst du? Zurück. Gut, wenigstens lebt er nicht mehr. Da müssen wir rein. Bleib in meiner Nähe. Haben wir hier sonst noch... Oh, Schublade. Zuerst mal Schubladen schauen. Munition für Revolver. Gut, brauche ich nichts. Das ist gut, wenn ich da nicht mehr brauche. Dann können wir direkt durch diese Tür gehen und schauen, was dahinter ist. Das ist genau schon wir. Ja, das ist wohl auch der Freund. Oh Mann. Die sind ja schlecht. Ich dreite das Seil durch. So komme ich runter. Bin dabei. Es ist mir nicht gut, sich auf dem Kühlschrank zu befinden, wenn er runterfällt. Scheiße, sie kommen. Joe! Ah. Nein, nein, nein. Jetzt mach schon. Mein Typ. Komm, ich bin geschehen. Ich bin geschehen. ne? Wuh. Alter, scheiße. Alter, fach. Komm, lad nach. das war ein klicke los du schaffst es geil verdammt verdammt nochmal komm schon ich krieg dich durch beeil dich das ist gerade immer so einfach verdammt die wo du siehst du wieder so lernt man aber das schießen die leute aber nicht so gut wie überhaupt verdammt verdammt das ist das ist das ist das ist das ist da ich habe zu wenig was soll ich damit ich habe zu wenig Messer was kann ich da noch dagegen tun Okay. ja ja das glaube ich direkt ja 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 die kommen auf auf lau Lauf du mir! Oh mein Gott. Das ist fies. Richtig fies. Geh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Geh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Mach mal lang. Wurdest du gebissen? Irgendein Ausschau. Verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal. Was das, ob das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, mach das gut. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja, klar Joel. Kein Thema. Nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Bist. Nein, pass du auf. Du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde. So viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist auch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Ei, ei, ei. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermielt. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlaufen. Schluss jetzt. Falsche Hand, aber da ist der Player und ich salutiere nicht so gern mit dem Bläh. Nee. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay. Gute Idee. Aber das Ganze machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut und haut rein.